Ah, wir sind wieder beim Thema Stimme und diesmal geht es darum, was denn Balsam für die Stimme ist. Und Trinken, das, was ich eben gemacht habe, stilles Wasser trinken, ist eins davon. Die Stimme mag das. Falls Sie jetzt meinen vierten Podcast gehört haben von der Podcast-Serie Gut Reden Kann jeder, dann werden Sie sich jetzt fragen, was soll das denn, ich habe ja jetzt geschnallt, Stimme ist in der Luftröhre und jetzt redet die Gassier davon, dass das Wasser hier irgendwie an die Stimme rangeht. Nein, das tue ich nicht. Warum ist es trotzdem gut? Wenn ich insgesamt dafür sorge, dass der Wasserhaushalt in meinem Körper stimmt, dann stimmt er logischerweise auch in den Stimmbänden und Stimmlippen, dann wird eben alles ausreichend mit Wasser versorgt und natürlich geht es der Stimme besser, wenn sie nicht komplett ausgetrocknet ist. Und ich kann sie mir nicht feucht trinken, es wird immer mal wieder gerne gesagt, trinken Sie Ihre Stimme feucht, wie soll denn das gehen? Also im ersten Schritt kommt das Wasser ja an die Stimme nicht ran, weil sie eben in der Luftröhre ist. Aber auf dem zweiten, dritten, vierten Schritt irgendwie, wenn Sie den Wasserhaushalt eben regulieren und insgesamt Ihren Körper ausreichend mit stillem Wasser versorgen, versorgen Sie logischerweise auch Ihre Stimme mit ausreichend Wasser. Und das hält dann eben auch die Stimme feucht, wenn man das denn eben so ausdrücken möchte. Also für die Schleimhäute ist das gut. Also ausreichend stilles Wassertrinken. Jetzt ist die Frage, was ist ausreichend? Ja, da streiten sich auch die Gemüter. Also bei mir so, ich glaube, es wird ja so ein bisschen an dem Gewicht gemessen, wie viel man pro Gewicht trinken sollte. Ich verrate jetzt nicht mein Gewicht. Nein, das kann ich gerne wieder machen, wenn ich abgenommen habe. Das ist doof oder Frauen und ihr Gewicht. Das sind ja Alter und Gewicht immer so Themen, die wir ungern ausplaudern. Aber ich trinke so grob drei Liter am Tag. So zweieinhalb bis drei Liter. Das ist jetzt für mich persönlich offiziell ausreichend. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Wenn sie das Gefühl haben, sie haben einen trockenen Hals oder sowas, dann trinken sie einfach ein bisschen mehr. Das kommt, wie gesagt, im ersten Schritt nicht an die Stimme ran, aber im zweiten, dritten dann sehr wohl. Und das tut der Stimme auch gut. So, also ich habe schon verraten, wir sind hier im Podcast. Gut reden kann jeder. Wir haben die Folge fünf und das Thema ist Balsam für die Stimme. Mein Name ist Isabel Garcia. Ich freue mich total, dass Sie sich für dieses Thema interessieren und auch heute wieder mit dabei sind. So, ich habe mich ausgetauscht, das habe ich auch schon in der letzten Folge verraten, mit ihren Svea Bäumler. Die Homepage von ihr verlinke ich wieder in den Shownotes. Und sie ist eine großartige Stimmtrainerin, ein Stimmcoach in Köln. Und ich kann nur jedem raten, der mal ein richtig, richtig gutes Training haben möchte, einfach mal nach Köln zu fahren. Oder wenn Sie da in der Gegend wohnen, dann freuen Sie sich einfach wie Hulle. Und dann rufen Sie mal bei ihr an und machen Sie mal einen Termin bei ihr. Einmal reicht natürlich nicht, ist klar. Wenn Sie ein richtiges Coaching haben wollen, geht das natürlich über mehrere Etappen. Aber sie ist richtig gut. Also ganz tolle Persönlichkeit, so als Mensch und eine großartige Trainerin. So, und wir beide tauschen uns immer mal wieder aus, was denn jetzt gut ist für die Stimme und was eben nicht so gut ist für die Stimme. Und wir haben jetzt mal so ein paar Sachen hier zusammengeschrieben, habe ich jetzt hier auf ein paar Zettel notiert. Und zwar, also viel trinken war tatsächlich auch Ihr Tipp. Und ja, auch meiner. Bei Medikamenten sind wir uns einig. Klar, Sie können in die Apotheke gehen und da werden manchmal eben Sachen angepriesen, auch in der Fernsehwerbung oder Radiowerbung. Hier, nehmen Sie das, nehmen Sie jenes. Und dann, dann ist die Stimme aber holler die Waldfema. So richtig klasse, egal wie häufig Sie sich mal laut reden müssen, wie viele Meetings Sie haben. Kein Problem, mit unserem Medikament geht es Ihrer Stimme dann besser. Ich persönlich habe jetzt noch kein Medikament gefunden, wo ich sage, ja, das geht aber mal direkt an die Stimme. Es ist gesund, auch langfristig gesund. Das können Sie unbedenklich nehmen. Natürlich haben manche Medikamente einen Placebo-Effekt. Sie nehmen das und denken, oh ja, toll. Ist ja ähnlich wie bei einer Kopfschmerztablette. Sie nehmen die ein, offiziell wirkt die zwar erst nach 20 Minuten, aber häufig haben wir schon nach, keine Ahnung, nach ein paar Sekunden das Gefühl, oh Gott, ja, jetzt geht es meinem Kopf schon wieder besser. Und das ist dann eben der Placebo-Effekt. Denn an der Schmerztablette liegt es nicht. Wenn also tatsächlich mal so eine Medikamente bei Ihnen funktionieren, ja, dann nehmen Sie das weiter und machen Sie das. Wenn es also jetzt nicht schädlich ist, Sie können mir ja gerne mal eine E-Mail schreiben an podcast.ichrede.de und mir sagen, was Sie so für Ihre Stimme nehmen. Und dann kann ich gerne dazu entweder nochmal wieder einen Podcast machen oder Ihnen eben persönlich antworten und verraten, was ich persönlich von den einzelnen Sachen halte. Ja, aber wenn Sie jetzt, wenn Sie keinen Schaden daran nehmen und eine gute Erfahrung damit gemacht haben, dann nehmen Sie es eben weiter. Placebo ist doch super. Nehmen wir alles mit. So, dann auch Bonbons. Habe ich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, was sollen die Bonbons bringen? Es sei denn tatsächlich, Sie schlucken dadurch eben mehr, wenn Sie ein Bonbon haben, schlucken wir eben häufig mehr. Das kommt auch nicht an der Stimme jetzt wirklich ran. Aber wenn Sie ein bisschen leicht erkältet sind oder sowas, dann sorgt es eben dafür, dass die Resonanzräume, also der Rachen nicht ganz so trocken ist. Und wenn es eben etwas ist, was auch so eine Duftstoffe abgibt, dann atmen Sie das ja wieder ein. Und das kann natürlich, wenn das irgendwas mit Salbei oder sowas ist, beruhigend für die Stimmbänder und Stimmlippen wirken. Was ich früher ganz häufig genommen habe als Sängerin, als ich noch Gesang studiert habe, war eben Islamos. Das hat jetzt wenig Gruch, was wir einatmen, aber es tut gut, es ist ganz harmlos, also keine Nebenwirkung oder sowas. Und ja, davon können Sie irgendwie ständig und permanent einfach mal immer wieder so einen kleinen Drops eben so lutschen, ganz langsam lutschen. Und das ist einfach gut, dass der Rachenraum sich nicht so trocken anfühlt, dass Sie da einfach häufiger schlucken. Das ist also nur für die Resonanzräume. Es geht nicht um die Stimme. Es hilft leider nicht der Stimme, denn an der Stimme kommt es eben nicht ran. Und Ian hat auch noch gesagt, dass sie I Palat auch gerne noch nimmt. Also entweder I Palat oder Islamos, das sind so die zwei Sachen, zu denen wir beiden eben raten würden, wenn man dann mal Bonbons eben nehmen möchte. Und ich habe auch im letzten Podcast schon angedeutet, was das Beste überhaupt ist, das Allerallerallerbeste. Wenn Sie also merken, heute ist die Stimme angeschlagen und Sie brauchen sie morgen für eine Präsentation, für ein wichtiges Verkaufsgespräch, was auch immer. Sie brauchen also morgen Ihre Stimme, Sie wollen damit glänzen. Oder übermorgen. Und heute ist sie angeschlagen. Das Beste überhaupt ist, Klappe halten. Nichts sagen. Überhaupt rein gar nichts. Bitte nicht, die ganzen No-Gos natürlich nicht, nicht räuspern, nicht husten, nicht rauchen, bitte minimieren, so wenig wie möglich, wenn Sie Raucher sind. Ich verbiete Ihnen natürlich nicht das Rauchen, um Gottes Willen, aber wenn die Stimme schon angeschlagen ist, so wenig wie möglich rauchen. Das Blöde ist, dass Raucher, die haben natürlich, durch den Rauch fühlt sich der Rachen, tatsächlich auch die Luftröhre, fühlt sich alles ein bisschen trockener an. Die räuspern sich tendenziell mehr als andere. Also als die Nichtraucher. Und dadurch haben Sie eben zwei Sachen, die der Stimme schaden. Einmal das Räuspern und eben der Rauch. Also versuchen Sie es zu minimieren, damit Sie eben Rauchen weniger, Räuspern eben weniger haben, Husten vielleicht auch weniger haben. Und natürlich, wenn die Stimme nicht funktioniert, bitte flüstern Sie nicht. Auch wenn ich es jetzt eben scherzeshalber eben gemacht habe, ab und an flüstern, überhaupt gar kein Problem. Aber das Beste ist, Klappe halten. Nichts sagen. Wirklich nichts. Es war immer ganz spannend, wenn ich meine Stimme geschont habe, als mein Hund noch lebte. Bruno. Und ja, dann durfte ich mich eben darauf konzentrieren, dass ich nur mit der Körpersprache gearbeitet habe. Ich habe ein bisschen geklatscht, wenn er kommen sollte. Ich habe also nur mit Handzeichen gearbeitet und mit der ganzen Körperspannung. Und das Lustige war, dass es häufig besser funktioniert hat, als wenn ich gesprochen habe. Denn Hunde, wird gesagt, riechen die Emotionen und die achten eben darauf, ob wir stimmig sind. Andere Menschen natürlich auch, aber so kleine Kinder und Hunde eben besonders. Und wenn ich eben so viele Kanäle nutze, also die Körpersprache und die Stimme und, 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 widerspreche ich mir manchmal in den Aussagen. Ich denke vielleicht, ach komm, ich gönne ihm das jetzt da hinten zu schnüffeln. Sag aber, Bruno, komm. Und bin dadurch von der Körpersprache aber irgendwie weich. Also wenn es nicht stimmig ist, kommt er auch nicht unbedingt. Habe ich aber nur die Körpersprache zur Auswahl. Also nicht noch die Stimme dabei. Dann war ich viel klarer. Der kam viel eher, viel schneller, ist viel besser bei Fuß gegangen. Es war gar nicht schlecht. Also es war immer ein ganz gutes Training für mich. Hauptsächlich für den Hund nicht. Der hat sowieso, der war sowieso der beste Hund überhaupt. Also ich habe tatsächlich ganz häufig einfach die Klappe gehalten. Ja, kann nicht. Also auch wenn ich jetzt hier im Podcast Quassel ohne Ende, ich kann durchaus die Klappe halten. Empfiehlt sich auch bei manchen Gesprächen, aber über aktives Zuhören, darüber unterhalten wir uns ein andermal. Ich finde das ganz spannend. Opernsänger zum Beispiel, also gerade die der alten Schule, schweigen häufig den ganzen Vormittag. Die haben vielleicht abends einen Auftritt gehabt, gesungen, danach vielleicht noch Essen gewesen, vielleicht noch ein bisschen gefeiert, sich unterhalten und so weiter und so fort. Spät ins Bett gegangen und dann schweigen sie. Die stehen auf und sagen nichts. Und nicht, weil sie schlecht drauf sind, sondern einfach, weil sie die Stimme schonen. Und irgendwann in so um die Mittagszeit fangen sie langsam an zu sprechen und dann fangen sie an, sich einzusingen und dann beginnt praktisch wieder der nächste Tag. Also, na, der Arbeitstag. Und es war ganz lustig, ich habe mal ein Interview gelesen von einer Opernsängerin, deren Sohn auch Opernsänger war, dann aber zum Schauspiel übergegangen ist und hat sie in dem Interview gesagt, das ist so blöd. Der kann ja vormittags gar nicht mehr schweigen. Und alle so, hä, wieso sollte er denn schweigen? Warum? Keine Socke schweigt vormittags. Doch, Opernsänger, also jetzt nicht jeder logischerweise, ja. Auch mein damaliger Gesangslehrer, als ich Gesang studiert habe, der war auch Opernsänger und der hat auch nicht jeden Vormittag geschwiegen, weil er uns auch unterrichtet hat und so. Aber wenn man die Möglichkeit hat und wenn am nächsten Tag oder abends ein wichtiger Auftritt ansteht, so lange wie möglich schweigen. Briefe schreiben, Zettel machen, irgendwie, keine Ahnung, Tablet nehmen oder irgendwas, Worte draufschreiben. Nichts mehr sagen. Sie glauben gar nicht, wenn Sie es mal so komplett machen, geht ganz gut. Man wird richtig kreativ, wenn man sich noch mit anderen Leuten austauschen kann. Also, Mund halten, nichts mehr sagen, ist das Beste überhaupt. Was haben wir noch? Ja, Ian hat auch gesagt, bleiben Sie einfach entspannt. Wir sind ja häufig dann angestrengt und denken so, oh Gott, die Stimme versagt. Aber Entspannung ist eben das Beste dann. Oder eins der besten Sachen eben, die beisam sind für die Stimme. Jetzt denken Sie vielleicht, lustig, morgen wichtiges Meeting, ich soll heute noch entspannt sein, wenn die Stimme gerade versagt. Aber tatsächlich führt diese Anspannung, die Sie dann haben, dazu, dass es noch schlimmer wird. Deswegen vielleicht einfach noch mal in meine Podcast-Folge Nummer 3 reinhören. Dort habe ich ja von der Was entspannt mich Liste gesprochen. Also alles Mögliche, was Sie entspannt, was jetzt nichts mit Sprechen zu tun hat, machen Sie es einfach. Sehen Sie zu, dass Sie entspannt bleiben. Wärme. Ja, ich persönlich tendiere zur Wärme. Ich mag das dann sehr gerne. Also warmen Schal oder meinetwegen auch was Warmes trinken, in warmen Tee trinken oder eben meinetwegen auch die warme Milch mit Honig, das ich aber nur mache, weil es eben Wärme ist. Ansonsten bringt es ja wenig. Und Ian hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass einige Ihrer Kunden das nicht mögen, dass die mit der Wärme nicht klarkommen und dass dann sich dieses Unwohlsein sogar noch verschlimmert. Also achten Sie auf Ihr eigenes Bauchgefühl. Nur weil ich jetzt gerade sage, Wärme ist toll, heißt es nicht, dass es für Sie auch wirklich toll sein muss. Es hilft bei vielen. Aber es kann sein, dass es bei Ihnen nicht hilft beziehungsweise sich unangenehm anfühlt. Also achten Sie darauf, was Ihnen gut tut, probieren Sie es aus und wenn Sie merken, nee, es ist nicht meins, dann ist es einfach nicht Ihres. Wenn Sie dazu noch Fragen haben oder sowas, die ich irgendwas nicht beantwortet habe jetzt hier in diesem Podcast, wie gesagt, schreiben Sie mal einfach an podcast.ichrede.de Packe ich auch in die Shownotes mit rein. Okay, ganz wichtig, das fanden Ian und ich beide sehr wichtig, dass Sie sich erkundigen, wo dieser Infekt überhaupt liegt. Also am meisten zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen und zwar zu einem guten. Ich bin damals in Hamburg zu Dr. Brunkhorst immer gegangen, der war direkt bei der Hamburger Staatsoper, hat also dann die ganzen Opernsänger und natürlich auch alle vom Opernchor und also sehr viele Sänger, sehr viele Sprecher, sehr viele Schauspieler und der hatte einfach von der Stimme wahnsinnig viel Ahnung. und der hat immer geguckt, also ich war am Anfang, ich war früher, da ich ja eher introvertiert und darüber hinaus sogar auch noch schüchtern bin, war es für mich eine Riesenherausforderung für andere Leute zu singen, also irgendwelche Adventskonzerte zu geben oder bei Hochzeiten zu singen und deswegen war ich vor lauter Aufregung eben häufig vorher krank. Ich habe also ganz viele Auftritte mit 40 Grad Fieber absolviert und war so schwankenderweise davor. Und man hat dann schon bei der Sprechstimme gehört, das Krechstall ist nur noch so, die Stimme war nicht mehr da. Wenn man eine ausgebildete Sängerin ist, bekommt man es häufig noch hin, dass man eine Gesangsstimme nicht hört. Also man hört praktisch, beim Singen hört man nicht den Infekt, aber eben dann, wenn die Personen sprechen. Wichtig ist dabei, ob dieser Infekt, dieser grippale Infekt, diese Erkältung, ob der auf der Stimme ist oder nicht. Die Stimme ist ja, denken Sie dran, im Kehlkopf, also unterhalb jetzt hier, also im Halsbereich. Und häufig ist die Erkältung bloß im Kopfbereich. Also die Ohren sind zu, die Nase ist zu, die Nebenhöhlen sind zu. Im Rachenbereich, da ist alles rot und gereizt. Aber es ist eben häufig nicht im Hals, bedeutet nicht auf der Stimme. Also dieser Infekt kriecht nicht häufig praktisch wirklich in diesen Halsbereich rein. Und wenn der Infekt also nicht auf der Stimme ist, sagt, dann können Sie auch singen. Ja, und dann können Sie auch einen Vortrag halten. Dann ist alles möglich. Ist der Infekt auf der Stimme? Und damals hat Dr. Brunkhorst mir gesagt, ja, das ist aber so 15 Prozent. Also es kommt nicht häufig vor, dass wirklich der Infekt auf der Stimme drauf ist. Wenn dem so ist, dann sagen Sie bitte ab. Denn dann können Sie nachhaltig Ihre Stimme schädigen. Und das ist dann manchmal sogar irreparabel. Ich habe das einmal gehabt, ich bin jedes Mal zum HNO-Arzt gegangen, bevor ich dann meinen Auftritt hatte, weil ich so häufig krank war, weil ich so aufgeregt war. Und einmal habe ich es eben nicht gemacht. Ich dachte, ach, bisher war es ja immer in Ordnung, dann wird es diesmal auch in Ordnung sein. Aber gerade bei dem Mal war natürlich dann die Erkältung wirklich im Hals. Den Unterschied spüre ich nicht. Und dann habe ich mir blaue Flecken gesungen. Ich hatte also dann blaue Flecken auf den Stimmbändern, weil die komplett überfordert waren und nicht so entspannt geschwungen sind, wie sie es normalerweise tun, wenn sie eben gesund sind. Und dadurch hatte ich sechs Wochen lang Sprechverbot, damit denn diese blauen Flecken so verheilen, dass sie eben die Stimme nicht nachhaltig schädigen. Sechs Wochen geschweigen. Oh, das war nervig. Und ich habe damals auf dem Land gewohnt, so in Niedersachsen, in einem Dorf, wo es gerade mal so fünf Häuser gibt. Wir hatten damals noch keinen Fernseher, wir hatten kein Telefon, Handy und sowas. Alles gab es auch nicht. Kein WhatsApp, kein nichts. Ich war sowas von abgeschnitten. Ich habe nur gelesen, gelesen, gelesen und nichts weiter. Das war vielleicht langweilig. Meine Güte, sechs Wochen lang. Nicht arbeiten und nichts. Also, gehen Sie zum HNO-Arzt. Gehen Sie rechtzeitig hin und schauen Sie wirklich, wo liegt die Erkältung? Ist sie oberhalb? Gut und schön. Dann können Sie meinetwegen irgendwie Medizin nehmen, so einen Freiräumer, damit die Nase frei ist, damit die Ohren frei werden. Das mache ich auch dann eben ab und an. Dann kann ich nämlich funktionieren. Dann hört man mir die Erkältung auch nicht so sehr an. Und die Stimme an sich, die ist ja in Ordnung, weil der Effekt eben nicht so weit runtergerutscht ist. Alles gut und schön. Ist der Effekt da unten? Dann bitte absagen, verschieben, was auch immer. Aber nicht mit einer kranken Stimme dann eben volle Karacho sprechen oder singen oder was auch immer Sie dann machen. Und ich würde sowieso lieber einmal zu häufig zum HNO-Arzt gehen. Denn wenn Sie einmal so eine Kehkopfentzündung haben, dann können Sie ein Jahr lang Spaß daran haben. Also das ist nicht schön. Also lieber einmal häufiger hingehen und es immer wieder überprüfen lassen. Was hilft noch? Inhalieren. Das atmen Sie ja ein. Das kommt in den Stimmbändern und Stimmlippen vorbei. Am besten einfach nur Wasserdampf oder machen Sie eben Salber rein. Ich habe früher auch gerne Kamille reingenommen. Das kannte ich noch von meiner Oma. Also wirklich so frische Salber- oder frischen Kamilleblätter. Und dann eben in so einen Topf oder so eine Schale heiß Wasser drüber gießen, Kopf drüber und ein Handtuch über den Kopf, kennen Sie vielleicht auch. Einatmen, inhalieren. Kamille trocknet manchen eben die Stimmbänder, Stimmlippen aus. Auch da eben schauen, tut es mir gut, ja oder nein. Also Salbei, da sind wir Ihnen und ich uns einig, tut sehr, sehr gut. Einfach nur Wasserdampf auch, weil es eben Feuchtigkeit hinbringt. Emsa-Salz machen manche eben auch dann in dieses Wasser rein oder eben ganz normales Kochsalz. Das können Sie auch machen und dann eben dieses Salzwasser inhalieren. Wenn Sie was Schönes, Warmes trinken wollen und einfach sich selbst was Gutes tun wollen, weil Sie krank sind, unschlagbar, ist Ingwer, Zitrone, Kurkuma-Tee. Also richtig schön frischen Kurkuma nehmen, frischen Ingwer nehmen, Stück Zitrone nehmen oder ein paar Scheiben Zitrone mit heißem Wasser aufgießen und dann eben schön warm trinken und so viel wie möglich. Das hilft sehr, sehr gut. Natürlich auch im ersten Schritt nicht der Stimme, denn das kommt nicht an der Stimme vorbei, aber diese Wärme tut eben gut und insgesamt Ingwer, Zitrone, Kurkuma ist einfach ein rundum sorgloses Paket für den ganzen Körper. Und wenn es dem Körper gut geht, geht es natürlich auch im zweiten, dritten, vierten Schritt der Stimme gut. Manche fasten auch. Also wenn Sie jemand sind, der sagt, Mensch, wenn ich faste, mal so ein paar Tage oder eben eine Woche, dann aktiviere ich meine Selbstheilungskräfte, dann ist das super. Dann machen Sie das ruhig auch, wenn Sie eben eine Erkältung haben und wenn Sie merken, dass die Stimme nicht so da ist. Können Sie tun. Wenn Sie merken, dass Fasten für Sie überhaupt nichts ist, dann machen Sie es bitte nicht. Also auch da gilt eben zu gucken, was Ihnen persönlich behakt. Ich kann aber sagen, dass einige damit sehr gut fahren. Was haben wir noch? Gurgeln. Gurgeln kommt natürlich auch nicht an die Stimme heran, aber ist wieder gut für den Rachenraum. Auch da einfach das lauwarme Wasser nehmen oder Salzwasser. Also ähnlich, Sie können praktisch erst damit inhalieren und das vielleicht hinterher nochmal gurgeln. Da haben wir praktisch zwei gute Sachen gemacht in einem Abrutsch. In einem Abrutsch? So sagt man es, glaube ich, nicht. In einem Rutsch? Na, ist egal. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Luftfeuchtigkeit insgesamt ist natürlich gut. Wenn Sie jetzt sagen, ach Mensch, ich bin hier im Büro, ich kann es nicht mal eben gurgeln oder hier irgendwie inhalieren, dann lüften Sie ganz häufig oder gehen Sie raus. Gehen Sie immer mal wieder raus und atmen Sie einfach Luft ein. Vielleicht jetzt nicht unbedingt kalte Winterluft auf warme Stimmlippen, dann meinetwegen den Schal vorm Mund oder durch die Nase einatmen, aber eben rausgehen. Ja, damit Sie mit dieser Luftfeuchtigkeit, die eben draußen ist, die eben auch in Ihren Körper reinlassen. So. Und was haben wir hier noch? Ich glaube, ich habe schon fast alles erwähnt. Also die meisten Sachen, die beisam für die Stimme sind, habe ich erwähnt. Und jetzt nochmal ein Hinweis. Wenn Sie einmal im Monat heiser sind oder erkältet, dann ist das nicht normal. Also gerade bei Vertrieblern erlebe ich das ganz häufig. Die sind irgendwie häufig stimmlich so ein bisschen beim Verkaufen, in diesem Kampfmodus drin. Die sind so drüber. Die sagen, ja, kaufen Sie. Jetzt natürlich übertrieben gesagt, aber die sind eben eher stimmlich häufig drüber, weil sie immer den anderen erreichen möchten und mit ganz viel Druck erreichen möchten. Und ich erlebe es bei Vertrieblern häufig, dass die mindestens einmal im Monat Stimmprobleme haben. Entweder ist die Stimme weg oder es ist heiser oder, oder, oder. Und das ist nicht normal. Unsere Stimmbänder sind nicht dazu gemacht, um heiser zu werden. Denn wenn dem so wäre, dann würde ein Baby auch heiser werden. Aber ein Baby wird nicht heiser. Also es müsste schon wirklich eine Kolik haben und wochenlang, monatelang durchschreien, damit eventuell mal die Stimme dazu schaden, also ein bisschen Schaden nimmt und vielleicht mal ein bisschen heiser wird das Baby. Aber ansonsten schreit das ohne Ende. Also ich erlebe eher, dass zwei Manager sich treffen und sagen, Oh, also heute, ah, ich bin ein bisschen heiser jetzt hier, aber du, ich habe also auch heute schon drei Stunden Meeting. Oh, drei Stunden Meeting, kein Wunder, dass deine Stimme nicht mehr da ist und du heiser bist. Jetzt überlegen Sie mal dieselbe Situation. Zwei Mütter mit ihren Babys im Kinderwagen treffen sich im Park, kommt die eine Mutter und sagt, ach, guck mal hier, mein Lütscher, ja, der ist schon heiser. Aber weißt du, der hat auch drei Stunden geschrien. Ach, drei Stunden geschrien, ist ja kein Wunder, dass er heiser ist. Ja, so ein Gespräch findet nicht statt. Das gibt es nicht. Also die Stimmbänder an sich, die werden nicht heiser. Nur die Frage ist, warum werden Manager in dem Moment heiser? Warum werden wir Erwachsenen dann eben heiser, wenn wir sehr lange reden, sehr viel reden, mit sehr viel Druck reden? Weil die Stimmbänder eine Doppelfunktion haben. Einerseits ist es praktisch der Stimmapparat, also damit erzeugen wir unsere Stimme. Die Stimmbänder sind so ein bisschen die Gardinenstange, die Stimmenlippe hängt da so ein bisschen dran und hängt so in diesem Windkanal und die schwingt dann so fröhlich vor sich hin durch die Luft, die von unten praktisch nach oben gepustet wird. Alles gut und schön. Also Atmung ist ja praktisch, oder Stimme ist geführter Atem. Und die Stimmbänder, die schwingen dann schön fröhlich vor sich hin. Alles gut. Und die Stimmbänder, diese Gardinenstange oben, die öffnet eben so weit, wie wir das eben haben wollen, damit die Tonhöhe stimmt. So, das ist jetzt mal wirklich sehr simpel dargestellt. Diese Stimmbänder haben aber noch eine zweite Funktion. Und zwar sind sie ein Schließmuskel. Also so, wie man eben ein Schließmuskel kennt. Also wie Sie ihn auch in dem allerwertesten Bereich kennen. Ja, Schließmuskel eben. Komplett zumachen, damit da nichts rauskommt, wenn da nichts rauskommen soll. Und genau so ist es eben auch bei den Stimmbändern. Wo merken Sie das? Immer dann, wenn Sie Druck aufbauen. Wenn Sie jetzt einen schweren Tisch anheben, dann merken Sie, dass Sie dieses Luft anhalten. Das sind die Stimmbänder. Die schließen dann komplett den Luftkanal ab, um eben diesen Druck im Körper aufzubauen, damit wir dann eben schwere Gegenstände hochheben können. Deswegen kommt es teilweise bei Tennisspielern dazu, dass die eben den Ball beim Aufschlag eben hochwerfen, dann die Luft anhalten und dann kommt dieses Atemgeräusch so ganz gepresst raus, diese Stöhnen, was ja einige wirklich sehr extrem machen oder auch früher gemacht haben, als ich noch regelmäßig Tennis geguckt habe. Und das ist eben häufig, weil Sie vorher die Stimmbänder zugemacht haben, um diesen Druck eben im Körper aufzubauen, um diese Kraft zu erzeugen, um diesen Aufschlag so schnell wie möglich eben rüber zu knallen. So, jetzt wollen Sie keinen schweren Tisch anheben. Und Sie wollen auch nicht beim Tennis jetzt gewinnen und einen tollen Aufschlag machen. Aber Ihre Stimmbänder werden immer dann diese Schließmuskelfunktion aktivieren, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie gerade Druck haben, dass Gefahr besteht, dass Sie in Gefahr sind. Wenn Sie also gestresst sind, wenn Sie vielleicht Respekt haben, dass Sie Ihr Gegenüber nicht erreichen, dass Ihre Verkaufsargumente nicht reichen, wenn irgendwas davon Sie mental stresst, dann reagiert Ihr Körper komplett richtig und macht die Stimmbänder zu und denkt, der braucht ja Druck, der braucht ja Kraft, damit er jetzt gleich zuboxen kann. Jetzt wollen Sie im Meeting und beim Verkaufsgespräch aber nicht boxen. Sie wollen nicht kämpfen. Die Möglichkeit hätten Sie, aber Sie tun es dann eben nicht. Und dann reden Sie. Und dann denken sich die Stimmbänder wie, was? Hä, jetzt haben wir hier gerade geschlossen. Reden will der auch noch. Und dann versuchen praktisch dann diese Schotten, ja, so stellen Sie sich wirklich wie bei der Titanic vor, so die Schotten gingen runter und haben eben alles abgerichtet. Und diese Schotten, die versuchen dann noch irgendwie zu schwingen. Hä? Und dann merken Sie aber wieder, dass der Körper Stress hat. Ach so, nee, er will doch schließen. Nee, schwingen, nee, schließen, nee, schwingen, nee, schließen. Deswegen werden wir heiser. Sie werden heiser, weil der Körper überhaupt nicht weiß, was er tun soll. Und das Baby wird nicht heiser, weil das Baby sehr genau weiß, ich finde es hier gerade doof. Und ich habe definitiv, vielleicht habe ich Stress damit, aber ich habe nicht diesen Zwiespalt. Mein Baby denkt noch nicht so komplex. Das denkt sich Hunger, schreien. Ja, das ist sehr eindeutig, sehr klar. Da mein Ziel, das will ich haben. Ich schreie jetzt hier alles zusammen. Und das ist bei uns eben nicht so klar. Also wir haben eben mit dem Mentalen, mit dem Sprechen, mit was wollen wir erreichen, wie wollen wir rüberkommen. Wir wollen entspannt klingen, aber haben häufig keine entspannten Gedanken. Und das hört man dann eben an der Stimme. So, bedeutet also, denken Sie daran, die Stimme, Stimmbänder vor allem, die haben eine Doppelfunktion, Schließmuskel und aber auch Stimmapparat. Deswegen habe ich eben auch gesagt, dass Entspannung so wahnsinnig wichtig ist. Deswegen habe ich die Was entspannt mich Liste aufgeschrieben. Deswegen ist meinetwegen auch Milch mit Honig in Ordnung, wenn sie das entspannt. Deswegen können auch Medikamente hilfreich sein, wenn sie das entspannt. Deswegen kann Wärme, ich könnte das alles nochmal wieder aufführen. Ich werde auch gleich nochmal ganz kurz durchgehen. Alles das, was sie entspannt, ist gut. Und übrigens eine Sache, die sehr entspannt, was auch zum Beispiel Opernsänger hinter der Bühne machen, bevor sie auf die Bühne gehen, ist folgendes. Gähnen und strecken wie eine Katze. Das entspannt auch. Ja, das können Sie praktisch vor dem nächsten Telefonat machen. Vielleicht nicht unbedingt direkt vorm Kunden, wenn der vor Ihnen steht. Aber immer dann, wenn Sie so die Stimme so, war so richtig schön. Entspannen wollen. Gähnen und strecken Sie einfach. Und natürlich auch gut atmen ist dadurch wichtig und, und, und. Aber wie die Atmung funktioniert, dazu kommen wir dann später noch in einer anderen Podcast-Folge. Okay, also merken Sie sich, Ian Svea Bäumler, ganz tolle Sprechtrainerin, Stimmcoach aus Köln. Ich werde Ihre Homepage in den Shownotes verlinken. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie eine Bewertung abgeben. Wenn Sie vielleicht sagen, oh ja, hat mir weitergeholfen. Dann machen Sie es gerne. Würde mich total freuen darüber. Und ich habe schon mehrmals erwähnt, wenn Sie eine Frage haben noch, natürlich schreiben Sie mir bitte an podcast-at-ich-rede.de. Ich werde aber jetzt mal kurz zusammenfassen, was wir hier alles hatten. Also Beisam für die Stimme ist, ich will immer sagen Beisam für die Seele. Ja, irgendwie auch, aber der Titel ist natürlich Beisam für die Stimme. Also viel trinken. Bonbons, wenn überhaupt, dann Islamos oder Ipalat. Am besten ist Klappe halten. Entspannt sein. Ja, was entspannt mich Liste oder Gähnen oder, oder, oder. Wärme, wenn es Ihnen dann gut tut. Zum HNO-Arzt gehen und wirklich gucken, wo der Infekt ist. Wo ist er? Inhalieren mit Wasserdampf, Salbei, also richtig frischem Salbei aufgebrüht oder meinetwegen Emsersalz aufgebrüht, also in diesem kochenden Wasser. Oder eben Kochsalz und das dann eben einatmen. Fasten kann helfen, Gurgeln kann helfen, auch da lauwarmes Wasser oder eben Salzwasser. Oder wenn Sie Ingwer, Zitronen, Kurkuma-Tee trinken. Luftfeuchtigkeit ist gut, wenn Sie also rausgehen oder eben einfach häufig lüften, wenn Sie nicht rausgehen möchten und nicht die Zeit haben. Was haben wir hier noch? Wenn Sie Raucher sind, bitte ein bisschen minimieren. Und ja, achten Sie ein bisschen auf sich, wenn Sie ganz häufig erkältet sind, wenn Sie ganz häufig heiser sind, dann ist das nicht normal. Dann mal gucken, woran das liegen könnte. Gehen Sie zum Hain-O-Arzt oder schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Okay, das wäre es jetzt zum heutigen Teil, zur Folge 5 vom Podcast Gut reden kann jeder. So, das Wichtigste, wie gesagt, wenn die Stimme weg ist, Klappe halten. Und das mache ich jetzt auch. Also, gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Vielen Dank.